Schon mir erschien, um die Eure davon zu berichten, dass die hohen Lehrmeister längst das Land der tausend Träume erreicht hatten und bedrohlich nah seien. Sie müssten fliehen. Hab keine Angst, denn diese macht blind, sagte Yuen sicher und ruhig. Spüre deinen inneren Frieden und setz dich zu mir. Spüre deinen inneren Frieden und setz dich zu mir. Spüre deinen inneren Frieden. Spüre deinen inneren Frieden und setz dich zu zerstellen. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018